Alles komm her, komm her, renn los. Ne, ich lass die mal zu mir losrennen. Hinter dir, geh da mal weg, damit ich auch mitmachen kann. Kopf ab, Schwanz ab, Haas. Katzen sind ein Spaß. Ich würde nur eins wissen. Kann man Bäume noch anzünden? Und wie war das? Doch, ich weiß wie. Ich versuch's mal ganz kurz. Da ist zwar ein Baum dann weg, aber ich will's mal versuchen. Willst du mal kurz mitkommen und gucken? Hast du Hunger? Weil ich pack jetzt zwei Fleisch drauf. Ne. Ich versuch mal hier den Baum anzuzünden. Komm mal kurz her. Weil damals ging das. Geht wirklich nicht mehr. Schade eigentlich, weil die Viecher klettern rauf, dann hast du den Baum angezündet und dann waren sie tot. Wie kann ich was aus dem Wasserbeutel saufen? Wenn der Empty schiegt, gar nicht. Sonst mit linker Maustaste. Ich hatte das aber noch. Naja, steht ganz normal, wo das klingt. Nach Empty ist ja wirklich. Ja, ich hab den letztmal voll gemacht. Oh, da kommt einer. Hey, ich hab doch grad extra die Machete genommen. Wo ist denn der? Da. Du, dein Leid. Hast du mal gehört, wie der Ene da bei den Herausforderungen scheiß immer die Machete nennt? Machete. Machete. Hier. Nimm die Machete. Warum? Hier kannst du essen. Nimm die Machete. Das ist nämlich wichtig. Hey, wo kommt der denn hier? Hä? Wieso tötest du die? Die wollen nur mit uns befreundet sind. Alter, wie viele sind denn hier? Oder hast du die nicht ganz getötet gekriegt? Nein, noch nicht. Wir brauchen einen Sleeping Palatz. Wieso, die spawnen die Steine direkt vor mir wieder. Warum nehm ich hier die ganze Zeit? Ah, das nervt. So, dann fäll' ich mal Bäume, oder? Ja, ich baue grad das Ding da, aber ich finde grad irgendwie wenig Stickys. Hier ist ein Fluss! Was? Hier, guck mal auf. Cover it in Blut. Jetzt nicht mehr. Hier ist ein Fluss. Also, ein Teich, ein Teich. Kein Fluss, Quatsch. Kannst du auch füllen deinen Drink Bar Herter? Kannst du nicht. Doch, jetzt. Na, einmal. Ding, 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 ding. So, ich baue noch vier Sticks. Warte, ich baue auch ran. Ja? Ich baue dich. Dann fang ich schon mal an zu fahren. Ich mein, die Bäume immer zu fällen. Naja, hast du grad gesagt. Huh. Power lag. Oh, da kommen schon wieder zwei. Kommen sie hierher? Ja. Ah. Oh, das hat viel Schaden gemacht. Also, hat er U gemacht. Oh, du rettest dich gegen den Typen gegen. Wieder. Er trifft mich, obwohl er nicht zuhaut. Lebt der noch? Nee. Erzähl das mal seinem Freund. Das war mein Freund. Oh, da ist noch einer. Neugeistig-Behinderter? Das sind richtige Trinkspender, die Viecher, ne? Die rennen ja hin und verlieren immer trinken. Hm? Echt? Ja. Huch. Für mich nicht. Wollen wir ein Dings bauen? Äh. Für die Knochen, ja, ne? Ach, ich drück immer die falsche Taste, Manuel. Was sagen sie denn dazu? Äh, voll lieb, voll lieb, voll, voll. Oh, du wolltest grad sagen, du hast diesen Geist nicht behindert. Oh, 25. So, warum kann ich die Böcke nicht bei dir rausnehmen? Weil das meine sind. Ne, hör mal wirklich auf. Ich will endlich diese Scheiße da hinten fertig haben. Was sind? Das sind meine. Achso. Oh, da, stimmt, du baust ja auch noch. Ja. Ich war nicht mehr ran, da. Wenn du Sticks hast, kannst du wieder ran bauen an den, äh, ne? Wieso geh ich denn mit vier Stück los? Weil du gar schiefst. Ja. Hä? Like a hobo. Schon wieder ein Vieh. Zwei. Guck mal, ich will den Baum grad hochgelaufen. Während der Omen kippt es. Sie sind nur bei dir? Gut. Grad, ja. Gut. Passt. Oh Gott, liegen hier viele. Boah. Hier liegen ganz viele Knochen, ne? Hast du schon einen Korb gebaut? Na, ja, aber, ich hab keine Stichis. Sie sind behindert. Wir sind in einem Wald, Kali. Überleg mal. Ja, hier fehlen so viele. Oh, liegen alles voller Sch... Wie viele Passagiere sind in so'n Flugzeug drin? 400? Kann das gut sein? Wie viele haben wir getötet? 7000? 8000? So viele haben wir noch nicht gesehen. Ne, aber trotzdem. Vorhin das Schlimmste ist, diese Viecher sind nicht mal die Passagiere. Die Passagiere muss ja sogar finden. Dafür gibt's extra so'n Notizblock-Ding da, was wir da gefunden haben. Das heißt, die Eingeborenen sind ganz andere. Naja, die schon auf der Insel waren. Ja, aber warum? Boah. Wenn du sowas fragst, dann ist ja voll los. Ja. Guck mal, Steine sind da, Steine sind weg. Die spawnen hier oben irgendwie immer, wenn man direkt davor steht. Alter, das ist nur auf gut Glück, wenn man die Dinger reinpacken kann hier. Das hier ist mal, da musst du dich an einer anderen Stelle hinstellen. Oh. Ja, hier. Hier ist gut. Ja, da geht's wieder nicht. Ach du Scheiße. Musst du lang gehen, da darfst du ja nicht rennen. Ja. Na. Bisschen fertig mit der Brücke. Ne, die Brücke hab ich nicht weitergebaut. Ich will erstmal kurz den Ständer da bauen. Äh, den Behälter. Ja, ich versuch noch mal ein paar Dinger hier zu kriegen. Das ist bestimmt hier Sticky, ist er auch nicht. Hä? Ich hau den Baum, jetzt ist er auf einmal doppelt so dick. Der kleine Futzelbaum zum Beispiel. Hat sich wahrscheinlich auch nur so gedacht. Mittelfinger. Ich will Sticky, sagen wir mal. Pass auf, hinter dir, hinter dir. Ja, ja. Scheiße. Nach unten hauen, genau. Der gibt immer noch. Arschloch. Was? Alter. Jetzt. Jetzt. Oh, ist das Feuer aus? Nein. Na ja, nee. Nein. Jetzt. Oh, ja. Lege Feuer. Aber die ganze Knochen. Lege Feuer. Lege Feuer. Lege Feuer. Lege Feuer. Lege Feuer. Lege Feuer. Ja, also. Das wäre echt geil. Kann man hier was dran bauen, das wäre echt geil. Jetzt habe ich auf einmal neun Stück gefunden auf einen Schlag. Also, auf einen Gucker. Auf einen Glutsch, Glutsch, Glutsch. Das ist ja schwul. Ja, ne? Jetzt fehlen noch drei. Du hast natürlich gar keiner dabei. Ich renne mal lieber nicht zu viel. Nicht, dass die ganzen Eingeborenen wieder kommen. Sag ich doch. Ich höre schon wieder hin, ich mache hier gerade was. Komm schon zu dir. Bei dir auch noch. Hinter dir. Der rennt, der rennt, der rennt weiter. Gut, der ist weggerannt. Brauchen wir uns eigentlich keinen Betten. Die brauchen auch wieder Sticks für. Ja, ich... Oh, ist der Tag, glaube ich, wenn die Grillen kommen. Wenn die Grillen zu uns kommen. Die Grillen grillen. Ja, es wird wieder Tag. Das ist wie Knochen. Ja, deswegen suche ich ja noch drei Sticks. Zwei Sticks. Ja. Eins, zwei. Steht sich nicht wieder irgendwo so ein Ding rum da? Ich hab, ich hab. Ja, aber trotzdem welche. Ja, klar, klar, klar. Das ist ja korrig. Ach, da. Alter. So mutat sein. So schnell muss ein Korb vollgehen. Oh, ja. Ich hab grad einen geilen Bug. Warte, ich nehm dir jetzt mal ganz schnell auf mit dem Handy. Das schick ich dir mal gleich. Kannst du dich mehr gucken? Nein. Werd scharf, du. Das ist ein Bug. Ja, okay. Ne, noch nicht. Erst muss ich ihn schicken. Ich schick's ihm. Ist Oliver noch auf Arbeit? Ah, ne, Quatsch. Ja, hat er gesagt. Stimmt ja. So. Siehst du das auch? Warte, du. Achso, ich hatte was grad versucht, den Bug da. Hier. Hier zu hier stehen. Genau hier. Bisschen. Ja, so ungefähr da. Bisschen vor, glaub ich. Hm. Achso, ja. Okay, gut. Boah, ich. Ja. 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 Also, irgendwie kommt das Tarion hier oben nicht. Überall. Echt jetzt? Das ist bei mir komplett überall. Die ganze Fläche ist permanent. Du siehst ja auch das mit den Steinen, ne? Ja. Oder diesen Hügel, die überall auftauchen. Das ist überall, ja. Wirklich, hier ist eigentlich ein Stein. Das ist dämlich gemacht. Also, irgendwie wollen wir hier oben. Das müssen wir uns irgendwie markieren mit den Zäunen, dass wir da direkt gegen den Zaun laufen und dann sehen wir das. Aber ich komm da jetzt nicht mehr hin an die Stelle. Ja, ich sag ja, ja. Die müsste hier sein. Wo haben wir? Ist egal. Finden wir wahrscheinlich irgendwann nochmal wieder. Ist meine Rüstung mehr voll? Ja. Oh, jetzt hast du alles. Deine ist komplett weg. Ja, ich weiß. Ich brauchte doch nur drei. Rüstungsteile. Drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. Kann man die noch aufrüsten? Mit irgendwas? Nee. Bei mir fehlt trotz noch ganz viel. Oh, ich hab Hunger. Oh, ist ja komplett runter. Warum das denn? Jetzt nimmt er auch noch mein Dings da. Mein, äh, Wegelchen. Dam, 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 dam. Oh, ich hab zwei draufgepackt. Ist egal. Äh, wollen wir doch alle Bäume fällen, weil hier ein Baumhaus will ich mal nicht machen. Einmal ein Baumhaus nicht. Ist das okay? Mhm. Gut. Nee, nee, ach. Überall ein Baumhaus ist auch doof. Das ist Kult. Eigentlich mal, ich hab, damals hab ich immer gesagt, Baumhäuser ist das Bescheuertste hier. Seit es dem, das neue Update gibt, also, das war schon länger her, geht's jetzt eigentlich? Weil damals konntest du ja nicht mal in dem eckigen Haus rumgehen. Ich hab, ich hab mal, ich hab jetzt schon wieder einen Vogel erledigt auf einer ganz, ganz anderen Art und Weise. Als ich einen Baum gefällt hab, ist der Baum auf den Vogel gefallen und der ist dadurch gestorben. Echt, ja? Ja, der liegt da genau, wo die Stämme lagen. Oh, klar. Genau unter dem Stamm. Problem ist, ich brauch's da nicht aufnehmen, weil das würde ich ja eh nicht sehen, wegen der Perspektive. Oder was weiß ich, wegen Schrott. Keine Ahnung. Was siehst du nicht? Nein, ich würde den Vogel ja nicht sehen. Ich sehe ja manchmal Tiere, die du gar nicht siehst, aber die ja. Das ist das doof, das finde ich schade. Was hast du wirklich mein dämliches Ding da? Schon wieder ein Holzbacken, äh, Dings weggepackt zum Kürzen. Echt jetzt? Oh, da sind schon wieder welche. Wenn ich den reinpacken will, ja. Da sind welche, pass auf. Ähm. Wenn Oli war anrufen, macht dich auch mal auf Stumm. Das ist nicht Oli und das sind drei Viecher. Ja, dann müsste ich jetzt eigentlich mal... Ich mach mich so lange auf Stumm. Ja. Was hab ich denn gegessen? Hä, was ess ich denn hier immer wieder? Er ist gleich wieder da für euch. Falls du mich hörst, kannst du ja die, ähm, Knochen einsammeln da. Wenn sobald die da sind. Äh, er hört mich nicht. Ich kann's ja mal schreiben. Kannst ja die Knochen einsammeln. Alter, das kann man scheiße lesen da unten. Da ist einer bei dir. Da ist einer. Wuh, 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 wuh. Hinter dir, hinter dir. Ich weiß ja nicht, ob der kommt. Egal, ich mach ihn tot. Knochen, 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 Knochen. Knochen, Knochen, Knochen. Ja, 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 ja. Knochen. Jetzt hab ich's. Ja, 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 ja. Oh, der ist schon voll. Ja, 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 ja. Ich brauch nur sechs, sieben, acht Stück. Mach mal auf Feuer einmal Blatt drauf, falls du mich hörst. Nee. Ist das ein Krokodil? Nee, das ist an Lisiado, Lisiado de Cabrio. Vierer? Warum haut der? Vierer. Also, bis jetzt hab ich noch keine Probleme damit. Also, nicht wieder. Achso, ich hab auch überlegt, ob ich beim Singleplayer trotzdem weitermache. Also, an euch jetzt, ne? Nicht an ihm, weil er tefloniert ja grad. Zwei noch, zwei noch, zwei noch, zwei noch, zwei noch. Ach, wisst ihr was? Ich red jetzt eh nicht so viel. Kann ich auch ein bisschen Musik hier anmachen. Can Ich hier eigentlich noch movie. Dann. Okay.